Heute möchten Ariane Willikonski und ich die Frage von Katrin beantworten, die gefragt hat, was ist Lampenfieber und Redeangst das Gleiche oder gibt es da eine Abstufung? Und daher wollen wir, die Expertin für Gräthorik und Sprechtechnik, Ariane und ich, Expertin für Antiangsttherapie, die Frage beantworten. Ja Melanie, wie ist das aus deiner Sicht? Ist das das Gleiche? Was würdest du sagen? Nein, es ist nicht das Gleiche, während Lampenfieber aus meiner Sicht, also die normale Reaktion ist die Aufregung, die jeder Mensch im Prinzip hat, wenn er mal was Neues vor Menschen vorträgt oder auch Schauspieler, wenn die auf der Bühne sprechen. Also es sind so normale Aufregungsphänomene, da kannst du ja gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Und dann gibt es aber noch eine übersteigerte Reaktion auf dieses Reden vor Menschen. Sei es jetzt einfach in einer Präsentation oder in einem Meeting oder vor Videos oder tatsächlich vor einem größeren Publikum. Da gibt es dann Menschen und das sind nicht wenige, 40 Prozent aller Menschen haben Redeangst. Die haben dann solche Symptome, dass sie vorher nicht mehr schlafen können, dass sie sich tierisch reinsteigern, dass sie schon allein an den Gedanken, sie müssen jetzt eine Rede halten, Herzrasen bekommen, Schweißausbrüche und schon mal gar keinen klaren Gedanken mehr fassen können. Und genauso dann, diese Stressreaktion führt dann bei der Rede zum totalen Blackout dann oft. Und was auch nochmals dann bewirkt, dass man natürlich dann alles versucht, auch wenn es berufliche Nachteile mit sich bringt, aber man versucht alles, diese Rede zu vermeiden. Also du definierst das so, dass praktisch die Angst, die Redeangst die Steigerung des Lampenfiebers ist. Ja, also eine potenzielle Steigerung. Eine potenzielle Steigerung. Genau. Und du, was sagst du dazu? Ja, also ich finde auch, dass Lampenfieber eigentlich generell sogar was Gutes ist. Wir brauchen Lampenfieber. Lampenfieber gibt uns eine Energie, die wir brauchen. Deswegen bin ich ein großer Fan vom Lampenfieber. Aber das Lampenfieber darf natürlich nicht so weit gehen, dass es uns anfängt zu blockieren oder eventuell sogar, wie du sagst, das verhindern, dass ich dann auf die Bühne gehe. Das wäre ja unglaublich schade. Da ist jemand, der hat was Wertvolles zu sagen und der geht nicht auf die Bühne, weil er so stark Lampenfieber hat, dass es eben schon in eine richtige Angst umschlägt. Und deswegen würde ich sagen, die Übergänge sind vermutlich fließend. Es wird nicht so sein, okay, da hört das Lampenfieber auf und da fängt schon echte große Angst an, sondern das wird ein fließender Übergang sein und irgendwann sprechen wir eben dann nicht mehr von Lampenfieber, sondern wir sprechen richtig von Sprechängsten. Immer in dem Fall, glaube ich, wenn es richtig zu Blockaden führt, die entweder vorher stattfinden oder dann direkt auf der Bühne. So würde ich das definieren. Genau. Und die Übergänge, wie du schön sagst, die sind auch so fließend. Und beziehungsweise es beginnt das Lampenfieber und dann geht man gedanklich drauf ein und steigert sich nochmal weiter rein. Also, oh Gott, jetzt werde ich ja schon aufgeregt. Was ist, wenn das jemand merkt und so weiter. Und dann geht auch ein Kopfkino in der Regel los und dann verstärkt man eigentlich auch nochmal selber sehr stark diese Symptome. Und dann immer mehr baut sich das auf, bis es dann kurz vor der Rede oft dann zu dieser Überreaktion kommt. Das kann auch bis zu Panikattacken dann teilweise gehen. Du hast ja auch vorhin schon erwähnt, so eine Sprechangst vor Gruppen, die ist sehr, sehr verbreitet. Eine der größten Ängste, die wir überhaupt haben. Und ich würde sagen, Lampenfieber ist sogar etwas, was eigentlich jeder hat. Es gibt vielleicht eine ganz, ganz, ganz kleine Handvoll Menschen, die sagen, sie haben keinen Lampenfieber. Mir sind solche Menschen eher suspekt. Das heißt meistens, dass man sich entweder so geil findet oder es einem egal ist, was die anderen sagen, finde ich auch beim Sprechen vor der Gruppe nicht schön, wenn mir das völlig egal ist, was die anderen von mir denken. Also glaube ich, wir kommen beim Lampenfieber auf eine Quote von 99,9 Prozent der Menschen haben, kennen Lampenfieber oder empfinden das in Situationen, wo sie vor Gruppen stehen. Und wie gesagt, aus meiner Sicht ist es auch gut so. Ich habe Lampenfieber und das ist auch gut so. Ja, man spricht da auch von, es ist situationsangemessen. Klar ist es aufregend, ich kriege eine kleine Nervosität, wenn ich vor Menschen spreche, aber das übersteigert, das macht dann den Unterschied. Und das ist dann schon die Redeangst, wo man sich auch Unterstützung am besten auch holen sollte, weil wenn man dann eine negative Erfahrung macht, dann ist das so weit im Gehirn schon verankert, dass es immer mehr, wenn man wieder in ähnliche Situationen kommt, einen triggert und dann diese Angst immer noch stärker hervortritt. Also ja, da kriegt man die Dynamik nicht raus, während Lampenfieber einfach passend zur Situation immer ist und durchaus normal. Also liebe Katrin, es ist nicht so, dass es da das Lampenfieber gibt und da die Angst, sondern es ist ein fließender Übergang. Und wir hoffen, dass du nur Lampenfieber hast und nicht schon richtige Ängste. Und wenn ja, dann melde dich gerne bei Melanie.